Hallo, Wild. Da sind wir wieder. Mit der ganzen Bande. Ein bisschen was trinken. Oh ja, Durst hatten wir. Gut. Gut, ist auch die Uhrzeit. Wir werden die Wüste durchqueren, aber in der Nacht. Tagsüber ist es viel zu warm. Zu warm für unsere Bande. Na, war es das? Haben die anderen denn auch alle schön getrunken? Seid ihr alle wohl auf? No, dann kann es ja losgehen. Ganz so fit fühlen wir uns scheinbar nicht. Das nehmen wir mit. Und hier schütteln wir ein bisschen. Oh, ein Stock wäre gut, oder? Wir wissen ja nicht, was uns da in der Wüste alles so erwartet. So, schütteln. Na, runter. Ja. Und wer von euch hatte... Ihr habt alle Kokosnüsse dabei. Und okay, ich sehe schon, ihr habt auch... Hallo, ihr wäre dabei. Sehr schön. Kein Stock. Hat niemand einen Stock von euch? Okay, dann nehme ich eine Kokosnuss. Die kann man auch werfen. Na, wir finden unterwegs einen Stock, glaube ich. Oh, hier können wir was essen. Nein, lass das liegen. Einmal inspizieren. Gut, gut, gut. Essen, essen, essen. Aufessen. Okay, jetzt kommen sie alle. Gleich ist der Busch leer. Da vorne sind Stücke. Nehmen wir die Kokosnuss oder lieber Aloe Vera? Auf jeden Fall nehmen wir einen Stock mit. Aber... Moment. Fallen lassen. Den Stock, ja gut. Das auch fallen lassen. Den Stock nehmen. In die andere Hand. Und... Fein dann. Ja. So, jetzt sind wir bestockt. Das nehmen wir auch mit. Und jetzt geht es erstmal darüber. Normalerweise sehe ich dort Palmen und normalerweise würde ich dann denken, bei den Palmen... Bedroht es! Weg ist es! Nochmal! Alle bedrohen! Sehr gut! Und nochmal! Bis es endlich abhaut! Es ist nicht weg. Egal. Wir gehen hier entlang. Ja, normalerweise würde ich denken, bei den Palmen... Wenn die Palmen wachsen... Dann... Sollte es dort Wasser oder so etwas geben. Eine Oase. Irgendwas ist hier immer noch bedrohlich, oder? Bedroht mal! Ach, können wir nicht. Na, dann kommt. Vielleicht gehen wir ein bisschen aufrecht. Aufrecht gehen. Geht nicht. Jetzt. Oh, das war genug. Kein Wasser hier. Nur Palmen. Bedroht. Jawohl! Du schaffst es! Ins Ohr! Ins Auge! Ja, genau! Behalt den Stock! Oh nein, der Stock ist weg! Jawohl! Ihr habt alle mitgeholfen! Indem ihr zugeguckt habt. Sehr gut! Da drüben ist da eine Hyäne oder so. Wir brauchen einen Stock. Oh! Ein Stein wäre auch schon mal ganz gut. Oh, hier sind Stöcke. Wir basteln uns wieder einen stumpfen Stock. Lass das... Moment, nimm das in die andere Hand. Lass das fallen. Und jetzt... Bau dir einen Stock. Gut gemacht! Andere Hand mitnehmen. Ja, das brauchen wir noch. Ja, gut. Weiter geht's. Der Tag ist kurz. Die Nacht ist kurz. Kommt schon. Wir müssen schnell hier durch. Tagsüber wird es so heiß. Wir werden sofort... ...gebraten hier. Und es wird kalt. Habe ich gerade noch gesagt? Es wird heiß. Aber in der Nacht ist es kalte in der Wüste. Hallo, Ivera haben wir hier. Wir sollten aufrecht gehen. Aufrecht. Was ist das? Knochen eines Mammuts. Gibt's schon Mammuts? Ah, mysteriöse Steine und so. Verscheucht es! Bedroht es! Ich möchte meinen Stock nicht wieder verlieren. Bedroht nochmal. Genau. Richtig. Weiter geht's. Da hoch. Von oben können wir gut sehen. Hier ist immer noch was gefährliches. Bedroht! Bedroht! Richtig! Macht ihr auch alle mit? Naja. Es geht schon. Da hoch, dachte ich mir. In die Berge? Vielleicht gibt es noch Schnee da oben. Oh Mann, dann brauchen wir einen Mantel und einen Schal. Handschuh und einen Schlitten. Das können wir doch noch gar nicht bauen. Wir haben doch das Rad noch gar nicht erfunden. Aber Schlitten funktionieren anders. Dafür brauchen wir kein Rad. Aufrecht gehen. Aufrecht. Das müssen wir üben. Okay, hier haben wir irgendetwas. Oh oh. Hier ist die dicke Schlange zu Hause. Die müssen wir auch gleich bedrohen. Falls sie uns zu nahe kommt. Oder wir ihr. Hier wachsen schon Blumen. Vielleicht wird es hier schon etwas kühler. Vielleicht können wir hier überleben. Ich habe meinen Stock verloren. Beeindruckend. Bester Jäger. Oh hey, hey, hey. Okay, wir gehen mal da rüber. Ich lasse mal. Ich bin nicht verletzt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber scheinbar gut. Okay. Nimm die beiden Steine. Mach das. Genau. Oh, du kennst das. Hau da drauf. Allen ist kalt. Arbeitet. Lauft. Macht euch warme Gedanken. Gleich kommt der Tag. Dann wird es warm. Okay. Wechseln. Wegwerfen. Nein, andersrum. Den nimmst du mit. Den lässt du liegen. Genau. Und jetzt brauchst du den in der anderen Hand. Der rechten. Wo ist das Ding? In Spizier das. Was hast du da? Fliegen? Mysteriöses. Irgendwas. Das kann dir nichts tun. Neuer Nahrungssammelpunkt entdeckt. Kadaver eines Schabracken-Schakals. Zerteil das. Hast du zerteilt? Ja, wir bräuchten aber einen Stock lieber. Euch ist so kalt. Mir ist gar nicht kalt. Was habt ihr denn? Wollt ihr ein bisschen Schakalfleisch? Oh, vielleicht bekommen wir da einen Knochen raus. Hat der einen Knochen drin? Na, erstmal inspizier das. Ich weiß, du willst das essen, aber hier ist kein Wasser in der Nähe. Oh, jetzt geht's rund. Die Hitze kommt. Wir haben getrödelt. Um 4.40 Uhr wird's heiß. Was ist denn das? Knochen. Ah, nichts für uns. Baltet alle schon das Fleisch dabei? Ich werf meins mal weg. Ich brauch einen Stock. So, Stock. Dass das hier an den Felsen so heiß sein muss. Ich denke, die Felsen speichern die Kälte. Die Nachtkälte. Spitzen richtig an. Den Stock. Spitzer Stock. Gut. Und nochmal nachgehauen. Oh, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Wir sind in einer neuen Umgebung, Freunde. Ihr müsst, ihr müsst alle bei mir bleiben. So, langsam wird's Zeit, dass wir die Gegend mal erkunden. Oh, das wird aber, das wird jetzt aber richtig Zeit. Los. Setz deine Intelligenz ein und guck. Ah, okay. Nichts Gefährliches. Das kennst du alles. Keine Pferde. Nichts mit Fell. Da, deine Freunde sind auch dabei. So, weiter geht's. Da vorne ist schon der Punkt. Ist das unser Punkt? Überwinde deine Angst. Jawohl, wir sind der Mensch. Noch nicht ganz, aber fast. Es ist sehr warm. Wir brauchen den Stock in der anderen Hand. So. Uns ist zu warm, zu warm, zu warm. Ich führe euch durch die Wüste, zum Wasser. Folgt mir alle. Habt Vertrauen. Ich kenne den Weg, vielleicht. Keine kühlende Höhle oder so etwas hier. Euch ist allen so warm. Ich kann's verstehen. Mir ist auch warm. Oh, da ist so eine Art Tal. Da unten wird es Wasser geben. Ein Fluss. Am Fluss gibt es wilde Tiere, Alligatoren, Krokodile. Bedroh das. Stell dich oben drauf. Komm schon. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hinstellen. Intelligent sein. Schlau gucken. Aha. Okay. Weiter geht's. Kumpels, ihr müsst, ihr müsst mich mental unterstützen. Da vorne ist was. Ist es unser Kreis? Erobere die Gegend. Keine Angst vor dem Fremden. Jawohl. Hahaha. Schnell weiter. Oh. Hier ist ja richtig was los. Ich dachte, das wären nur so Felsen und dabei ist da so eine Art Höhle-Unterschlupf. Sind das Hyänen da oben? So viele? Die werden sie... Die haben uns schon gesehen. Was? Sie kommen an? Verscheucht sie! Wir sind viele. Das sind wenige. Verscheucht sie! Okay, weiter geht's. Los, mir nach. Es ist heiß. Ich wollte doch gar nicht so lange. Hier ist wieder was Gefährliches. Verscheucht es! Wohin haut es ab? Oh, da wollten wir vorbei. Was höre ich denn da? Ein Schaf? Verscheucht es nochmal! Verscheucht dich! Und verscheuchen! Andere Richtung! Hau hier ab! Wir wollen hier lang! Ich weiß, euch ist warm! Ihr habt ja auch ein dickes Fell! Der Dörf, euch ruhig warm sein! Wir haben schon wieder... Oh, wir haben schon wieder ein Gebiet! Kommt alle hier runter! Wir brauchen erstmal ein bisschen... Wir müssen erstmal etwas tiefer rein in das Gebiet. Oh, jetzt wird's knapp. Wir müssen... Einmal gucken. Unsere Intelligenz hilft uns nicht. Doch, ein bisschen. Da! Alles Sachen, die du kennst. Ein Versteck. Da ist auch noch was. Ah, ein paar Steine. Sowas hast du doch schon mal gesehen. Nichts Bedrohliches, weißt du. Und erobere die Gegend! Jawohl! Nummer 3! Und immer noch kein Wasser. Es tut mir leid. Wasser kommt! Wir laufen wieder zurück, oder? Wir laufen doch im Schatten. Das kann doch nicht so warm sein hier. Oh, Mann! Hyänen? Nein, das ist der Vorsäbelzahntiger. Verscheucht ihn! Der ist ein bisschen dumm. Der bemerkt uns gar nicht. Bedroht ihn! Alle beide hauen sie gleich ab. Sehr gut. Er wird zum Wasser rennen. Er zeigt uns jetzt das Wasserloch. Ihh, hoffentlich hat er da nicht reingepieselt. Okay, der andere haut auch ab. Oh, Schlangen und so. Alles mögliche. Hyänen. Den Vorsäbelzahntiger hatten wir auch schon. Kommt mir nach! Beistand! Ich brauche Beistand! Da ist er wieder! Scheuch ihn zur Schlange! Aufstehen! Intelligent gucken! Nur gute Sachen hier. Untersucht das! Untersucht das! Oh, das da auch! Ja, 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 ja. Wir haben's fast. Einmal noch! Da! Was ist das? Das kennst du! Riechen einprägen. Oh man! Wo geht's jetzt hin? Das wird jetzt etwas kritisch hier. Ah nein! Wir sind schon da! Erobere! Überwinde deine Angst! Ja! Oh, da vorne wird etwas grün! Bedroht es! Lasst euch nicht angreifen! Wer ist das da? Wer war das? Wer wurde hier angegriffen? Du etwa? Nein, die ist nur heiß. Heiß? Oh, du wurdest angegriffen? Nein, nicht doch! Moment! Nein, nicht doch! Den brauchen wir! Das kann doch nicht sein! Die ganze Bande ist hier! Ich wollte ihnen doch gerade helfen! Haben wir einen verloren? Jetzt sind zwei am Bluten. Oh, wir selbst. Nein, nicht doch! Anwenden! Ich habe alles gemacht! Ich habe alles gedrückt hier! Als es gedinkt hat, habe ich sofort gedrückt hier! Bedrohen! Ja, was soll man denn da machen jetzt? Ich drücke doch hier die ganze Zeit! So ein kleiner Hund! Verscheu ich den! Das ist ja nicht mal ein Fuchs! Bedroht ihn! Boah! Oh Mann! Jetzt haben wir einen gebrochenen Knochen und vier Leute sind verletzt! Fünf Leute sind verletzt! Ach, das gibt es noch nicht! Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid sie! Was ist mit dir hier? Du bist verletzt! Noch einer? Du bist auch verletzt hier? Ihr hockt alle aufeinander hier! Ich brauche Medizin, Wert... Habe ich... Da liegt doch was! Nein! Nimm das doch! Nimm das! Und jetzt reib dich ein! Oh Mann! 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 Wormer Oh Mann! Ah! Oh Mann! Oh Mann! Wer die Zehn von euch? Oh Mann! Oh Mann! Das ist ja so... Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Es sind immer noch zwei verletzt. Okay, jetzt habt ihr aber alle was schon mal in der Hand. Du hier? Ah, du bist nur ein bisschen angebrochen. Na was? Gähnen oder verletzt sein? Beides geht nicht. Okay, du warst der Letzte, oder? Geht's allen gut? Nein, da ist immer noch einer verletzt. Wer? Das ist vielleicht der mit dem gebrochenen Bein. Okay, wer bist du? D? Okay, D. Es geht weiter, D. Ich habs dir einen Stock. Okay, weiter geht's. Los, mir nach. Wir haben keine Zeit, um mit unseren Stöcken zu spielen. Wir suchen das mächtige Wasser jetzt. Habt ihr alle eure Medizin? Na, ich hoffe mal. Da vorne ist ein Wasserfall? Oder ist es nur ein blauer Stein? Ich glaube, es ist ein Wasserfall. Da gibt's auch Bäume. Ihr kennt doch Bäume. Wir haben Wasser gefunden. Prima. Ein rauschender kleiner Wasserfall. Sehr schön. Ich habe euch in ein neues Land geführt, scheinbar. Haben wir das aber schon mal erkundet hier, oder? Ist noch alles bekannt bis jetzt. Okay, das sollten wir entdecken. Was auch immer dort ist, das sieht schon wieder so nah aus. Was? Was ist das? Warum ist da jemand rot? Wer war denn das? Wer ist rot? Du? Kommt alle mit. Ich brauche euch. Stell dich hin. Und untersuche. Oh oh, hier ist wenig zu untersuchen. Wir haben ja gerade erst untersucht. Okay, wir müssen einmal da rauf. Aufrecht stehen und... Guck, was ist das? Kennst du das? Überwinde deine Angst. Geht's allen gut? Warum sind zwei verletzt jetzt? Was ist denn da gerade passiert? Ihr müsst auch sagen, wenn irgendwas ist. Guck das nicht an. Heile dich damit. Du hast nur das Fleisch in der Hand, ja? Okay, das ist gut. Also essen erst mal. Na, ihr wollt nichts essen? Moment. Wer hat Medizin von euch? Ah doch, ihr schafft es. Du hast noch Medizin für uns. Ihr habt alle Durst, glaube ich. Ach so, wir laufen falsch. Moment. Wo ist D? Die gute D? Beef? Du bist D. Okay, einer ist noch verletzt von denen. Ich hoffe, das ist nur der Bruch. Nein. Hier ist jemand total verletzt noch. Gibt's denn hier nicht so eine Pflanze Aloe Vera? Das ist nicht gut. Hat jemand noch Medizin dabei? Ihr habt alle Medizin mitgenommen, oder? Du hier, was hältst du da? Oh gut, gib mir das. Ja, genau. D? Wer ist D von euch? Twar? Eve? Dann bist du D. Ja, genau. Du hast den Stock. Prima. Los, weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Hier ist immer noch nicht schön. Bedroht es. Was auch immer da ist. Und nochmal. In der Gruppe sind wir stark. Los, weiter geht's. Das ist die Savanne oder so was. Wir klettern mal auf den Baum hier. Oh, hier haben wir Kapok wieder. Können wir nicht mitnehmen gerade. Runterschütteln? Was ist das? Ist das? Das ist doch nicht Kapok hier. Was ist denn das? Aloe Blatt. Sehr schön. Aloe Blätter, ja. Lass mal, lass mal, lass mal, was hast denn du da? Lass mal das Aloe Blatt fallen. Und was ist das? Wir haben etwas Neues entdeckt. Was ist das? Was ist das? Neue Nahrung. Eine Baubarfrucht. Baubarfrucht. Ob das schmeckt? Man muss mal probieren, oder? Ach, essen kannst du das gar nicht? Da vorne ist wieder ein Fluss oder so etwas. Wir gehen zum Fluss. Folgt mir, ich kenne mich hier aus. Flüsse sind gut. Da gibt es nichts Gefährliches. Nur Wasser. Ihr dürft ruhig schon trinken. So, Freunde. Wir bleiben eine Weile hier. Schön am Wasser diesmal. Leg das ab. Stapel das. Bauvorhaben beginnen. Bauvorhaben geht nicht. Und bau das Bett. Okay, siedeln. Das ist unsere neue Heimat hier schön am Fluss. Jawohl. Hinlegen. Einmal unseren Evolutionsstand ansehen. Oh, wieder nichts Neues hier. Wir kommen einfach nicht weiter. Na gut. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Für eure Kommentare. Und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 S mut ihr seid.